Na von dem Bonus hier also 3 Spiele, von dem hier erwarte ich schon mal gar nix. Bin ich ganz ehrlich. Coins jetzt in dem Spin? Vielleicht? Hm. Weitermachen bitte. Bitte weitermachen, nicht aufhören bitte. Danke. Nice man, Gottseidank. Oh 1000x 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 1000x. Passt. Bitte nochmal Algen. Okay. Mehr Algen. Münze. Schade. Coins. Alge. Nice. Oh oh oh. Okay, okay. Minze, Mnze, Mnze, Mnze. Mnze, 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 Mnze. Coin, 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 Coin. Lila. Nein. ich sehe schon was er hier macht er baitet einfach nur nice dann gibt doch jetzt mal die münzen vielleicht hallo nein oh mein gott das muss übel zahlen oder ok geht 75 ich dachte es zahlt mehr aber das ist schon mal gut und jetzt Münzen, Points, nice wie viel zahlt das? 16 ok weiter machen mehr Algen, Alge, 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 mehr Algen, nice, richtig, 51 nochmal holy shit, nur wenig, äh Algen vielleicht irgendwie, irgendwo, Alge, äh Münze jetzt, bitte Algen, 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 gönn Alge dann gönn doch jetzt mal die Coins dann gib doch jetzt mal die Coins Bruder mach jetzt Coins so ein kleiner Baiter nice, oh mein gott, oh 24x ok, ok Scam aber wir haben eine gute Bombe 43 ist einfach, Junge eine Bombe nochmal Coins oh, wie viel ist das? auf 24x, das muss übel zahlen, oder? wie viel ist das? das muss auch nochmal abgehen, oder nicht? 100 200 300 400 500 600 noch mehr Algen Junge Alge? ok, wir haben zu viel, das ist gut was? Digga, was? in Razor Shark? wir haben uns auch ein bisschen Learning und Finally ilik halt inel